Jetzt bei Question and Axel. Q&A heißt ja eigentlich nicht Question and Answer, sondern Question and Axel. Was mache ich, wenn ich im Vortrag oder auch im Reden vor Kollegen im Meeting rot werde? Und dieser trockene Mund, wie kriege ich den denn los? So, weg mit dem roten Kopf, aber wie? Okay, bevor wir zu den drei Tipps kommen und den zwei Tipps, wie du diesen trockenen Mund los wirst, kurz zur Ursache. Woher kommt das? Rot werden? Kennst du aus Alltagssituationen. Entweder, weil dir etwas peinlich ist, weil du dich vor etwas schämst. Also Scham, Grund Nummer eins. Oder die Sorge, um nicht zu sagen, Angst vor Ausgrenzung. Man hat das Gefühl, dass man irgendwie ausgegrenzt wird und alle gucken auf einen. Deswegen wird man rot, dieses Gefühl. Wusch! Ätzend. Aber, das ist wichtig zu verstehen, weil du jetzt die Einstellung ändern kannst, das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins ist, mach dir vorher bewusst, Moment mal, vor Ausgrenzung muss ich doch keine Angst haben. Denn die hören mir ja zu. Oder auch der Chef in dem Meeting, der will ja, dass ich etwas dazu sage und eine Stellung dazu nehme. Also ist doch ganz klar, du musst vor Ausgrenzung keine Angst haben. Und peinlich, Scham, wovor sollst du dich schämen? Ich gehe mal davon aus, dass du gut vorbereitet bist, dann gibt es keinen Grund, sich vor irgendwas zu schämen, weil du deinen Inhalt drauf hast, wenn du referierst. Also, Tipp Nummer eins, im Kopf vorher dir klar machen, es gibt keinen Grund für den roten Kopf, denn die wollen was von dir. Tipp Nummer zwei, wenn Tipp Nummer eins ein bisschen braucht, klar, das wird von Mal zu Mal besser. Stell dir deine Zuhörer nackt vor. Ich weiß, es funktioniert nicht bei jedem, bei mir funktioniert es. Vorsicht, wenn du da Zuhörer hast, wo du denkst, du musst eher kotzen, wenn du dir die nackt vorstellst. Dann mach eine andere Maßnahme, die ist ähnlich eklig, aber die hilft, dass du dich in dem Moment im Rang höher fühlst. Du bist in der eigenen Bewertung höher als der oder die, vor der oder die du so ein bisschen Angst hast im Publikum. Stell dir vor, dass die morgens aufwachen, noch nicht Zähne geputzt haben und einen ekligen Mauldampf haben. Hast du dann zu viel Respekt vor denen? Nee, oder? Also, Tipp Nummer zwei, stell dir dir vor, in einer Situation, wo du keine Sorge haben musst und merkst, du bist der tollere Hecht als dein Publikum, dann kannst du auch nicht mehr rot werden. Tipp Nummer drei, sollte es doch mal passieren, dass du rot wirst, nimm das Gefühl an und lass es gehen. Klingt esoterisch, ist aber doch ganz klar, dass es funktioniert, denn denkt ihr, rot werden ist das Tollste von der Welt, das ist die neue Mode von der Fashion Show. Menschen mit rotem Gesicht, dann nimmst du diesem Gedanken oder dieser Situation die Schwere, lässt es gehen und schon fühlst du dich besser. Und du bist schneller wieder blass, wenn du jetzt nicht gerade im Urlaub warst und vielleicht knackig braun bist. Das sind die drei Tipps, die wirklich funktionieren. Je öfter du darüber bewusst nachdenkst, desto besser ist es auch. So, der trockene Mund, Steff und alle anderen, was kannst du dagegen tun? Ich nehme Emser Pastillen, nicht weil ich dafür bezahlt werde, sondern die sind so schön flach, die kannst du in die Backentasche tun, geben dann im Laufe des Vortrags Feuchtigkeit ab. Und auch noch ein Kopftrick, die Kraft der Visualisierung. Stell dir vor, dass du jetzt in eine saure Zitrone beißt. Schon reagiert dein Mund und speichelt ein. Oder auch lecker in einen leckeren roten Apfel. Wenn du dir das vorstellst, dann reagiert dein Körper. Das ist die Kraft der Visualisierung. Funktioniert ja mit ekligen Sachen genauso. Wenn du jetzt kurz an den Hauptbahnhof denkst, das Bahnhofsklo, Urin, Gestank, fühlst du dich ja auch eklig, obwohl es gerade nicht passiert, weil du das Gefühl abgespeichert hast. Genauso ist es im positiven Sinne, wenn uns, du kennst das Sprichwort, etwas im Mund zusammenläuft. Dann reagiert dein Speichel. Dass die Tipps gegen rot werden und wie du den trockenen Mund loswirst. Und jetzt dir und allen anderen, toi, 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 für den nächsten Vortrag. Übrigens mehr Tipps in der Richtung auch, wie du Lampenfieber loswirst auf meinem YouTube-Kanal. Der Link ist oben in der Bio. Da sind diverse Videos verlinkt. Erfolgreich reden. Axel Robert Müller, da findest du mich bei YouTube mit noch mehr Tipps vor dem Vortrag und wie du das Lampenfieber in den Griff kriegst. Und auch, so wie ich gerade, Tipps gegen Nuscheln. Alles auf YouTube.